Lena Meyer-Landrud hat sich getrennt, von ihren langen Haaren. Die Sängerin trägt ab sofort eine kurze Bob-Frisur. Mit der Veränderung ist die 27-Jährige offenbar so zufrieden, dass sie sie gleich ihren Fans präsentiert. Auf ihrer Instagram-Seite postete Lena das Ergebnis ihres Friseurbesuchs. Kurz mal wieder kurz, schreibt sie zu dem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie über ihre Schulter hinweg in die Kamera lächelt. Auf einem zweiten Schnappschuss sieht man sie einen Kuss-Mundmachen. Den Fans scheinen die neue Frisur der 27-Jährigen zu gefallen. Über 115.000 Likes haben die beiden Fotos bereits abstauben können. In den Kommentaren heißt es unter anderem, wow, so toll. Ein weiterer begeisterter User schreibt, diese Frau ist doch der Hammer. Mit langen oder kurzen Haaren.